Hallöchen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich nehme dich gerade mit auf meiner morgendlichen Wildkräutersammelung für meinen grünen Saft und da habe ich schon einiges hier in der Tüte gesammelt. Aber heute ist die Hauptdarstellerin dieses Videos die Alchemilla und zwar der Frauenmantel ist mir ein so liebes Kraut, dass ich es euch vorstellen möchte. Und hier in diesem Wald, wo ich gerade unterwegs bin, da gibt es das in Hülle und Fülle und ja ich zeige es dir mal. Und hier habe ich jetzt eine Stelle gefunden, wo ganz viel Alchemilla wächst. Ich gehe mal etwas näher ran. Hier dieses Blättchen zum Beispiel Das sind Alchemilla Blätter und du siehst da diese Tropfen drauf und das ist nicht etwa der Tau des Morgens. Nein, diese Pflanzen, diese Blätter, die geben das über die Nacht ab, also die destillieren das. Und hier siehst du ganz viel... Ja und das... Ja, genau. Und was kann ich dir noch erzählen über diese Pflanze? Also sie gehört mir zu den Rosengewächsen, zu den Rosazehen. Genauso wie der Weißdorn, die Rose und auch der Apfel. Und ich liebe all diese Pflanzen, weil sie auch einen starken Herzbezug haben. Und... Der Mantel steckt im Namen und diese Pflanze gibt einen Schutzmantel. Ja, ein Schutzmantel in allen schwierigen Situationen, Wandlungsphasen des Frauseins, also sei es, dass du in die Pubertät kommst oder in die Wechseljahre oder wenn du deine Menstruation bekommst. Also wichtig bei Menstruationsbeschwerden, PMS und Kopfschmerzen während der Menstruation. Und da kannst du diese Pflanze zu dir nehmen. Bei Menstruationsschmerzen, auch bei Weißfluss, also wenn du Ausfluss hast, dann reguliert diese Pflanze das auch. Es ist ja immer bei diesen Pflanzen so, dass sie immer das regulieren, wenn etwas zu viel ist, dann bringen sie es runter und wenn etwas zu wenig ist, dann bringen sie es rauf. Und das ist auch das Schöne. Und auch bei vaginalen Infekten oder Eierstocksbeschwerden, das kannst du nehmen, wenn du, ja, nach der Entbindung die Wunden, dass die schneller heilen. Und ich habe ja schon gesagt, der Schutzmantel, das ist irgendwie so diese Bedeutung, die mir immer viel, wie soll ich sagen, ja, wo ich immer so einhake, weil das in Resonanz mit mir geht. Und dieser Schutzmantel, ja, das kann zum Beispiel auch, wenn du Gewalterfahrungen gemacht hast oder nach einer Abtreibung oder Fehlgeburt, ja, das, da kann es einfach diesen Schutz geben. Und ich verwende das ja jetzt, ich mache das in meinen grünen Saft mit rein. Du kannst aber auch eine Kur machen mit einem Tee. Und ich erzähle dir mal kurz, wie das so läuft mit so einer Teekur. Kurz Stand, wo seht ihr mich, wo seht ihr mich so? Also, wenn du mal so eine Teekur ausprobieren willst mit dem Frauenmantel, dann entweder du sammelst den dir frisch oder den gibt es auch zu kaufen in der Apotheke. Und dann machst du dir immer einen Teelöffel in eine Tasse, also in eine Teetasse und lässt es circa 15 bis 20 Minuten ziehen und trinkst diesen Tee, ohne dass du das Grünzeug da rausnimmst. Also, du verwendest kein Sieb und gar nichts, sondern das muss da dringend in dem heißen Wasser direkt schwimmen. Und um das dann zu trinken, da ziehst du das so durch die Zähne. Also, wenn du das wirklich arzneilich trinken möchtest, dann ist das die Art. Und das macht man dreimal täglich und das kannst du so ein bis zwei Monate lang machen. Und dann kannst du einfach mal schauen, was sich mit all deinen Frauenbeschwerden, was da passiert. Ich sage jetzt auch gleich noch ein paar andere Indikationen, also wann man sie einsetzen kann, weil es gibt auch über die Frauenbeschwerden hinaus noch einige Anwendungen. Gibt es noch was zu dem Tee? Ne, also immer wenn, dann vor dem Essen, also dass das das Erste ist, was in den Magen kommt. Und wenn du nichts isst, dann trinkst du es halt einfach so. Und ja, so habe ich das mal gelernt und auch eine Weile immer gemacht. Mittlerweile, ich mache mir den Frauenmantel jetzt, da ich gerade nicht so Tee trinke, in den Salat rein, in den Grünsaft, in den Smoothie und nehme das dadurch zu mir. Okay, ich habe da vorne noch eine Pflanze entdeckt, wo ich dir auch die Blüten zeigen kann. Das waren ja jetzt die Blätter. Und das zeige ich dir jetzt erst noch, bevor ich dir die anderen Indikationen zeige. Okay, komm mal mit. Die ist jetzt nämlich sonniger, deswegen ist die Pflanze da schon weiter, aber ich weiß nicht, ob du es so gut erkennen kannst. Also hier haben wir wieder die Blätter und daneben sind hier diese hellgrünen, na, stellt er das scharf? Diese hellgrünen Blüten, ja. Du siehst, hier ist immer so ein Blatt und dann kommt da der Blütenstängel raus. Oh, ich weiß gerade nicht, ob das scharf ist. Ich hoffe es. Ja, also das sind die Blüten zu den Blättern. Und wir gehen mal ganz nach unten an die Wurzel, weil, mal gucken, ob ich, das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber, oh, jetzt sieht man gar nichts mehr, das Blatt ist davor. Hier unten, ich glaube, das ist schlecht zu sehen. Auf jeden Fall verholzt der Stiel hier unten, ja. Du hast hier noch schönes Grün und hier unten das verholzt dann so, ja, wenn du das erkennen möchtest und wenn du mal selber unterwegs bist. Ich gehe mal wieder rüber zu den schattigen Pflanzen, die im Schatten stehen, dann kannst du das besser sehen. Hier ist überall, sind hier ganz viele, viele Inseln und Frauenmantel. Und, ja, wofür kann man es noch verwenden? Also, diese Pflanze hat auch einen Nierenbezug, also wirkt, wie heißt es, wassertreibend, harntreibend. Ja, also die Nieren werden gut durchspült und gereinigt durch Frauenmantel. Dann auch Magen-Darm-Beschwerden, ja, wenn du da Durchfall hast oder Verstopfung, dann reguliert diese Pflanze das. Und, es ist auch eine ganz wichtige Pflanze bei Entzündungen und Wunden, habe ich ja eben schon bei der Geburt angesprochen, dass die, ja, durch die Gerbstoffe, die diese Pflanze enthält, werden Entzündungsprozesse, die du im Körper hast, geheilt. Also, wenn du zum Beispiel Wunden im Mund hast, ja, dass du da irgendwie Aphten hast oder irgendwelche anderen Sachen, die sich entzündet haben, auch Zahnfleisch entzündet ist, kannst du dir zum Beispiel einen starken Tee machen mit Camomilla, äh, mit Camomilla, mit Alchemilla, also mit dem Frauenmantel und dann, wenn es abgekühlt ist, damit gurgeln. So, und noch eine letzte Indikation, die wirkt auch bei Schlafstörungen, hilft sie. Ja, wenn du nicht so gut schlafen kannst, dann legt diese Pflanze sich wie ein Mantel um deine Seele und, ja, und schützt dich und gibt dir Geborgenheit. Genau. Sie wirkt beruhigend, verdauungsfördernd, krampflösend, ja, deswegen bei den Menstruationsschmerzen. Sie wirkt blutreinigend, blutbildend und blutstillend, also wenn du Wunden hast, die stark bluten, dann kann die Alchemilla auch diese Blutungen stoppen. Sie stillt auch Schmerzen, antibakteriell. Also viele schöne, tolle Sachen, deswegen, wie gesagt, gibt es auch dieses Buch da drüber. wo wirklich alles drin beschrieben ist ich verlinke dir das auf jeden fall ja ich würde sagen das war ja jetzt eine ganze menge ich verlinke dir noch mal ein video da habe ich eine kräuterwanderung gemacht für ein wildkräuter salat weil es jetzt hier so gut rein passt und ansonsten ansonsten freue ich mich dass du dir dieses video angeschaut hast ich hoffe du konntest ein bisschen was damit anfangen und vielleicht entdeckst du dieses wunderschöne kraut auf einer deiner kräuterwanderungen und kannst es jetzt mit sammeln weil du weißt was es ist und was für tolle wirkung es hat ich freue mich wenn du beim nächsten video wieder einschaltest und wenn du den kanal noch nicht abonniert hast dann kannst du das doch jetzt mal tun wenn du weiterhin so nette videos über kräuter und alles mögliche haben möchtest dann bist du hier richtig also ich wünsche dir alles alles liebe bis zum nächsten video